von unserer rubrik from nose alles gut schon wieder weil du guckst schon wieder kann man zwei woche nicht dreht ganz komisch guck einfach in die kamera und lass mich mal in ruhe weiter geht's mit from nose to tail es wäre ganz langweilig wenn wir jetzt aufhören würden von nose to tail nein weil da kommen richtig richtig geile cuts und jetzt haben wir nämlich einen geilen cut wir sind nämlich jetzt beim club steak club steak strip steak new york cut wie man das immer nennt angelangt und die große frage stellen wir uns natürlich wo kommt das gute stück her wir brauchen natürlich für unsere ganzen zutaten das ist jetzt wieder ein stück wo man grillt kurz brät braucht man nicht viel wir brauchen nur ein salz ihr könnt natürlich zigtausend möglichkeiten mit dem steak machen wie ihr wollt aber wir wollen das einfach kurz gebraten um euch zu zeigen ihr kauft es schmeißt es auf den grill und habt ein geiles stück fleisch aber ihr wollt natürlich auch wissen was wir brauchen wir brauchen nämlich unser salziges salz das ist mich bald alle dann brauchen wir hier ein messer unser club steak club steak steht hier schön drauf wir haben es von den beef bandits diesmal gekauft falls du natürlich in metzger bei dir in der nähe hast wo sowas schneidet kauft natürlich beim metzger keine frage aber wir kriegen ja immer wieder die kommentare wir haben kein metzger wo unsere die die katz macht dann muss ich sagen ist beef bandit eine richtig geile anlaufstelle da findet ihr relativ viel an katz und jetzt kommt das geilste noch dazu ihr bekommt mit dem code mg barbeque 10 prozent auf euren kompletten einkauf wir kriegen eine kleine provision wir können fett fleisch kaufen und für euch geile videos machen und ihr könnt aber noch sparen unten ist der link und mg barbeque 10 und euch geht einer ab so sieht es aus aber wir machen jetzt erstmal weiter hier ist ein stück fleisch und jetzt soll ich euch denn noch erklären jetzt habe ich schon hänger jetzt soll ich euch ja nur erklären wo dieses gute stück herkommt ja das ist die große frage der gordon ist nicht vor der kamera der kann das natürlich perfekt der kann das sehr gut und ich kann es einfach ich sehe gut aus und mache es einfach so wie ich denke das kommt natürlich vom roast beef roast beef haben wir hier oben also hier oben ist natürlich der rücken hier ist roast beef und da hinten irgendwo kommt unser club steak das hat ich packe es gleich aus nämlich nicht so den typischen t-bone steak knochen sondern wir haben ein l knochen das heißt wer in der schule aufpasst hat und nicht nur klatscht und singen hatte weiß was ein l ist zur not klatscht oder singt er das l funktioniert genauso hauptsache ihr wisst was ein l ist oder und falls ihr nicht wisst was ein l ist einfach so also für viele heißt es ja loser bei uns in bayern heißt landwirt also hier haben wir den knochen runter hier ist der rücken und hier wie so ein l das hat jetzt circa zwei drei zentimeter das steak könnt ihr einfach gucken bei beef bandit wie schwer das ist und was bei euch beim club steak natürlich fehlt ist der filet anteil normal wäre hier jetzt der filet anteil noch dran den haben wir natürlich nicht wir haben hier nur roast beef nur der roast beef anteil aber schmeckt halt auch schon sehr geil und ist natürlich auch günstiger das steckt fleisch da machen wir jetzt gar nicht viel wir haben hinten der bandit laufen voll schub wir packen das drauf ziehen das auf unsere 54 56 grad circa warum sagen wir 54 bis 56 grad weil wir das wahrscheinlich nicht genau hinkriegen und so haben wir spielraum das euch zum sagen genau so wollten wir das und aber wir packen das jetzt da drauf so zeit zum drehen und ihr werdet es gleich morgen wie geil das ausschaut auf der seite mehr oder schön angekroßt jetzt hat sich volk die sau die wert sich also die kuh und jetzt lassen wir sehen das fett schmilzt schön weg geil tingelingeling weil ich habe euch ja gesagt ich wollte euch oder will euch zeigen wie es indirekt ziehen geht in der feuerplatte ihr zieht einfach nach draußen weg aber sind wir uns ehrlich das hat jetzt nämlich eine körntemperatur von 54 grad einmal gewendet ihr habt so eine brutale hitze da wird es richtig geil jetzt nehmen wir unser stück fleisch runter guckt euch das an der seite an oder mega das nehmen jetzt runter und lassen das einfach noch ein bisschen ruhen wir finden uns dann rum und jetzt heißt anschnitt wir freuen mir immer drauf also wie gesagt hier ist der knochen wir können jetzt auch noch mal rausschneiden noch einen lang runterschneiden wenn ihr das wort einfach sagen das funktioniert nicht so nimmt man es bitte nicht krumm weil einfach geht hier manchmal gar nichts und guckt mal was den fleischsaft hier runter trieft tropft sehr geil knochen nicht wegschmeißen weil ab knappen also mache ich immer stellen wir das dann so ab und jetzt habt ihr hier einfach nur die roast beef anteil hier ist relativ fett wer das nicht mag schneidet sich das ja sowieso weg wir schneiden nicht weg und jetzt heißt anschnitt aber heiß ist trotzdem das hasse kann man essen einfach nicht beim schneiden kühl sein und beim essen wieder schön warm sind wir ein bisschen salz und ein bisschen salz drauf und das reicht mehr brauchen wir eigentlich nicht so die sagen der korn kommt jetzt vor die kamera und dann probieren wir jetzt würde ich sagen immer ein stück fleisch bin ich echt gespannt zart ist es guten guten zart ist wirklich richtig zart und wirklich saftig also es gibt ja auch viele wo das nicht mehr so ein reines steak fleisch so gebraten macht irgendwas anders draus aber die werden sich das wahrscheinlich auch nicht kaufen aber ich finde es geil ganz wichtig ist halt wirklich beim fleisch achte auf die qualität du kannst du wirklich auch kaufen bei einem meiner großen kette die große fleischtheken halt drin haben wurde es einfach von keine ahnung von irgendeinem jungen bullen geschlachtet worden ist und als clubsteak verkauft ich meine clubsteak ist ein clubsteak ist klar aber achte einfach auf die qualität und ich hatte auch schon mal ein clubsteak das war einfach zäh wie nix und es war bei weitem nicht so lecker achte auf die qualität und wie der manuel anfangs schon sagte du kannst bei beef bandit einkaufen wir verdienen da auch was dran wenn du unseren code nimmst mg barbecue 10 steht hier unten auch noch mal kriegen eine kleine provision die werden wir wieder reinvestieren in neueres fleisch um dir dann einfach noch geilere videos noch mal zu bringen und ja und du sparst natürlich auch noch mal zehn prozent also wäre cool wenn du das schon einkaufst wenn du unser code nimmst und wir bedanken uns alles klar und wir bedanken uns fürs zuschauen auf jeden fall vielen dank dass sie rubrik folgst und da kommen noch viele viele weitere videos aus unserer rubrik von nose to tail und ja dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen dienstag donnerstag und am sonntag gibt es jeweils ein neues video von uns immer um 18 18 und um 11 uhr und vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs kommentieren liken abonnieren und ja wir sehen uns nächstes mal wieder wenn es wieder heißt mc barbecue das ist aber wirklich zart